Der Schwergewichtsfahrt um 130, wie geschrieben ist, Tobias Klufke gegen Lukas Kreischer. Der Schwergewichtsfahrt um 30, was ab 35 Jahre alt ist, wird der Unterwahrzeugung aus dem 2.020-Gleichen aus. Aber unser Lukas wird alles geben. Der Schwergewichtsfahrt um 80, was wieder zurückkehrt! Musik Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Kampasit, 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 Kampasit Kampasit, Kampasit Kampasit Kampasit! Kampasit 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 Schöne! 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 Wir haben hier alle geholfen, die wir jetzt hier in den auf den Platz haben, dass wir uns so haben, dass wir uns so haben, wir uns so haben, wir uns so haben. Kursar, 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 Kursar! Kursar, Kursar! Kursar, Kursar! Kursar, Kursar, Kursar! Kursar, Kursar, Kursar! Kursar, Kursar, Kursar! Kursar, Kursar! Jörg, Jörg, Jörg! Jörg, Jörg, Jörg! Und hier dev'n! Sie haben, die Zeit dabei Three, Untertitelung des ZDF, 2020